Hallo und herzlich willkommen bei Panasonic. Ich bin Mike Bolatzky und möchte euch heute unseren Quattro-Tuner mit Twin-Konzept erklären. Dabei geht es in erster Linie natürlich darum, die Schritte einem nach dem anderen genau durchzugehen und starten möchte ich mit euch zusammen mit dem Anschließen des TV-Gerätes. Zuallererst ist zu klären, wie das TV-Signal ins Haus kommt. Das heißt, kommt es zum Beispiel über eine Satellitenantenne ins Haus oder aber zum Beispiel über den Kabelnetzbetreiber, sprich Vodafone, Kabel Deutschland oder Unity Media und die letzte Variante wäre über DVB-T2 HD. Haben wir das geklärt, geht es dann danach zu schauen, an welchen Anschluss das jeweilige Anschlusskabel, das Antennenkabel am Fernseher montiert werden muss. Im Falle von digitalem Satellitenfernsehen, also sprich steht eine Satellitenantenne am Haus zur Verfügung oder an der jeweiligen Wohnung, geht es jetzt darum, diese Kabel, die von dieser Antenne oder auch von der Versorgung kommen, mit dem Fernseher zu verbinden und dann auch zu schauen, wie ich den entsprechend dafür konfiguriere. Nachdem wir den TV ausgepackt und auch auf seinem Fuß zum Beispiel auf den Platz verbracht haben, an dem wir ihn später auch zum Einsatz bringen wollen, heißt es ihn jetzt mit Strom versorgen, einschalten und dann die ersten Konfigurationsschritte zu starten. Wir beginnen mit der Menüsprache. Hier wird also festgelegt, welche Sprache das TV-Gerät nicht sprechen, aber den Text zumindest darstellen sollen und in unserem Fall wählen wir hier Deutsch aus. Danach fragt das Gerät sich, bin ich zu Hause oder im Shop? Ich glaube, die Frage ist relativ einfach, wenn wir uns bereits zu Hause befinden, sollten wir dies auch auswählen. Wer wissen möchte, was bedeutet denn Shop? Ganz simpel, das bedeutet wirklich, das Gerät befindet sich noch in Shop, also im Laden und dafür gibt es spezielle Installationsroutinen. Die wollen wir hier aber jetzt nicht wählen. Wir wählen, und das auch gut so, zu Hause. Der nächste Schritt, der folgt, ist ein ganz, ganz entscheidender. Später für Varianten, die ich habe oder nutzen möchte, wie Video-on-Demand-Dienste, also internetbasierende Inhalte oder aber auch TV-to-IP. Was ist dafür notwendig, dass ich den Fernseher mit meinem heimischen Netzwerk verbinde? Wenn also ein Router, also ein Internetzugang zu Hause zur Verfügung steht, dann wäre es von großem Vorteil, diesen auch zu nutzen. Hier würde ich jetzt auch auf jeden Fall die Funktion Automatik mit OK bestätigen. Das tun wir jetzt einfach in diesem Fall mal. Der Fernseher sucht jetzt auf seinen beiden Schnittstellen, nämlich einmal auf dem Netzwerkanschluss, eine Verbindung. Findet er sie nicht, startet er automatisch die WLAN-Verbindung und sucht die zur Verfügung stehenden WLAN-Netze. In unserem Fall haben wir jetzt auch hier die WLAN-Verbindung genutzt oder möchten diese nutzen. Und es wird uns eine Liste von WLAN-Netzen zur Verfügung gestellt. Das wird bei euch zu Hause dann auch nicht großartig anders sein, vor allem wenn ihr Nachbarn habt, die natürlich auch entsprechende Internetzugänge mit Funk, also WLAN haben werden, auch diese auftauchen. Wichtig ist, dass ihr wisst, welches ist euer Netz und das sucht ihr euch dann natürlich aus und gebt dann anschließend den entsprechenden Sicherheitsschlüssel ein. In unserem Fall sind es die beiden Panasonic Netze und ich wähle einfach mal das Panasonic Institute 5 GHz Netz aus, bestätige das mit OK und gebe jetzt den passenden Netzwerkschlüssel ein. Ist der Schlüssel korrekt eingegeben, zumindest haben wir das auf Sicht hier jetzt zu sehen, dass ich der Meinung bin, der stimmt, dann drücke ich anschließend auf OK und der TV versucht sich jetzt mit den Angaben, die ich ihm mitgegeben habe, also mit dem korrekten Schlüssel, dann mit dem Funknetz zu verbinden. Gelingt ihm das, wird er mir das anschließen mit entsprechendem Screen bestätigen. Der kommt jetzt, indem er Verbindung zum Router und anschließend auch zum Internet aufbauen kann. Habe ich, so wie auf diesem Bild links und rechts zwei weiße Haken auf blauem Hintergrund, ist das Daumen hoch, die Verbindung steht und ich kann die Installation weiterführen. Nun fragt uns das Gerät, in welchem Land es sich denn befindet und dafür ist es auch nicht ganz unwichtig, besonders dann, wenn es sich um die Installation von Kabelfernsehen handelt, denn das ist von Land zu Land definitiv unterschiedlich und wir müssen auch hier darauf achten, wenn wir in Deutschland sind, dann sollten wir das letzten Endes auch so bestätigen. Der nächste Schritt ist dann, welcher Empfangsweg soll genutzt werden und da heißt es letzten Endes genau zu wissen, wie kommt das TV-Signal ins Haus. Ist eure Empfangsart DVBS, sprich Satellit, heißt es nun vom Punkt Autosetup sich erst einmal nach oben in die Liste zu begeben und DVB-T2HD, das Häkchen zu entfernen, das machen wir in diesem Fall mit OK, dann noch einen höher auf DVB-C, sprich Kabelfernsehen, den brauchen wir dann ja auch nicht, auch hier das Häkchen entfernen mit der OK-Taste. Es verbleibt also ausschließlich bei DVB-S Satellit der Haken und dann heißt es wieder nach unten auf Autosetup gehen und diesen starten. Jetzt fragt das Gerät noch, welche Art von Sender wir in unserer Senderliste haben möchten. Darunter fallen unter anderem freie Sender. Was heißt das? Frei empfangbar, wo wir also weiterhin nichts weiteres tun müssen, als einfach nur den Sendersuchlauf starten und danach können wir diese Sender, die wir gefunden haben, sofort sehen, sprich Free TV, wie es so schön genannt wird, also unverschlüsselte Programme. Gehören wir aber zu den Nutzern oder ihr zu den Nutzern, die nicht nur frei empfangbares Fernsehen, sondern auch sogenanntes Pay TV nutzen wollen, dann heißt es, die Auswahl auf alle Sender zu setzen. Hier werden also dann nicht nur frei empfangbare Sender gefunden vom Gerät, sondern auch sämtliche verschlüsselten Programme, für die natürlich dann später ein entsprechendes Modul zum Entschlüsseln benötigt wird. Aber da kommen wir mal in einem anderen Film oder Beitrag drauf. Der Punkt 3, HD+, ist bei Satellit auch hochinteressant, das sind dann die sogenannten privaten HD-Programme, sprich High Definition Programme. Unter die fallen zum Beispiel die ProSiebenSat1-Gruppe, die in HD ausgestrahlt werden, aber auch die RTL-VOX-Gruppe, die in HD ausgestrahlt wird. Habt ihr ein entsprechendes Modul zum Entschlüsseln und wollt diese Sender in der Senderliste in der Priorität nach oben gesetzt haben, dann wählt ihr hier den Punkt HD-Plus-Sender. Das hat keinen Einfluss auf alle frei empfangbaren Sender, nach wie vor bleiben ARD und ZDF, wo sie hingehören, auf Platz 1 und 2 und auch das dritte Programm kann auf Platz 3 gesetzt werden. Lediglich die Auswahl zwischen Standardauflösende private Sender und High Definition, also hochauflösende private Sender, wird hier auf die Priorität HD gesetzt. Zum letzten Punkt Sky. Sollte also ein Sky-Abo vorhanden sein und auch hier der Fernseher zum Empfang von Sky-Programmen genutzt werden soll, wählt ihr dann in der Priorität Sky. Das heißt nicht, dass Sky auf Platz 1 sitzt, auch hier bleibt ARD und ZDF auf 1 und 2. Nein, es wird dann die von Sky vorgegebene Sortierung und zwar ab Platz 100 vorgewählt. Dort beginnt dann die Senderliste mit Sky Krimi und dann folgen alle anderen Sender so, wie Sky diese in der Reihenfolge möchte. Aber auch das könnt ihr später umsortieren. Wir entscheiden uns jetzt hier einfach mal für Freisender, um das Ganze vom Sendersuchlauf so kurz wie möglich zu halten und starten den Sendersuchlauf mit der Priorität Freiempfangbare Sender. Wie es bei Satellit so üblich ist, habe ich verschiedenste Möglichkeiten, meinen Fernseher mit Satellitensignalen zu versorgen. Da stellt sich natürlich erst einmal die Frage, auf welchen Satelliten ist meine Antenne ausgerichtet. Wenn Sie das nicht wissen oder wenn ihr das nicht wisst, nicht tragisch. Unser Fernseher oder der TV von Panasonic wird das von alleine herausfinden, indem, wenn die Verbindung hergestellt ist, also das Kabel vom Satellitenanschluss korrekt angeschlossen ist, der Fernseher, der TV selbstständig erkennt, um welchen Astra-Satelliten oder Eutelsatz-Satelliten es sich handelt. Wie wichtiger ist jetzt zu entscheiden, habe ich nämlich genau das, wovon wir zu Anfang gesprochen haben, nämlich einen Quadro-Tuner mit Twin-Konzept, also mit Dual-, also mit zweifachen Tuner, sollten wir uns jetzt entscheiden, diesen natürlich auch anzuwählen. Das könnt ihr im oberen Bereich lesen, dort steht Dual-Tuner und darunter, sehr kryptisch, Dissec, spricht man das übrigens aus und daneben steht Einzelkabelsystem. Hier ist natürlich zu klären, was zu vorhanden ist zu Hause. In den meisten Haushalten kann ich euch beruhigen, wird eine klassische Dissec-Anlage verwendet und die benutzen wir jetzt hier auch mal mit der Einstellung Dual-Tuner. Nachdem ich also Auto-Setup starten mit der OK-Taste bestätigt habe, können wir oben sehen, im oberen rechten Bereich des Bildes, dass jetzt nach LNBs gesucht wird. Das heißt, das ist das Auge, was vorne sozusagen immer am Ende eines Auslegers einer Satellitenanlage montiert ist. Habt ihr häufig vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr eine Satellitenantenne gesehen habt, ist das kleine Auge am äußeren Rand des Auslegers einer Satellitenschüssel. Hier wird jetzt der Fernseher von alleine feststellen, um wie viele es sich handelt. Ist es nur eins, wird er das am Ende merken. Er schaut jetzt nach sozusagen, wie viele davon vorhanden sind und auf welchen Satelliten diese ausgerichtet sind. In dieser Einstellung könnt ihr gut sehen, dass nachdem er oben rechts auf LNB1 wird geprüft, dann auch fündig geworden ist, innerhalb der Satellitenliste einen Satelliten aufgeführt hat. In diesem Fall 19,2 Grad E für Ost, in diesem Fall East, Astra hat er gefunden. Oben rechts steht jetzt LNB2 wird geprüft. Also er checkt oder sieht nach, handelt es sich um mehr als ein LNB, was sich an der Satellitenschüssel befindet. Ist das bei euch nicht der Fall, wird er auch bei LNB2, 3 und 4 unten links in der Liste kein Satellit eintragen. Das ist nicht tragisch, sondern wenn ihr ausschließlich auf Astra eine Antenne ausgerichtet habt, wird er feststellen, 1 alles gut, 2, 3 und 4 sind leer. Da hat er nichts gefunden und danach startet er den Suchlauf für Astra. Der Satellitensuchlauf wird jetzt einige Minuten in Anspruch nehmen. Nachdem das System, also der TV, dann alle vorhandenen Satelliten, auch wenn es nur einer sein sollte, gefunden hat, wird auf diesem Satelliten dann der Sendersuchlauf gestartet und auch der wird einige Minuten in Anspruch nehmen. Nachdem jetzt alle zur Verfügung stehenden Satelliten gefunden wurden, startet der TV jetzt auf dem zur Verfügung stehenden Satelliten den Sendersuchlauf. Dieser wird jetzt einige Minuten in Anspruch nehmen und anschließend werden alle gefundenen Sender in eine Senderliste kopiert und auch gespeichert. Sollte uns die Reihenfolge oder euch die Reihenfolge nicht zusagen, kann man anschließend natürlich auch an dieser gespeicherten Reihenfolge Änderungen vornehmen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns anschließend gemeinsam an. So, endlich ist es soweit. Der Sendersuchlauf ist abgeschlossen. Wir bekommen eine Übersicht aller zur Verfügung stehenden Sender. Diese werden jetzt im Gerät gespeichert und schon startet auch der TV den nächsten Schritt. Nun sind wir bei den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung angelangt. Das heißt, der Sendersuchlauf ist abgeschlossen. Zuvor haben wir das Gerät mit dem Netzwerk, mit dem heimischen Netzwerk verbunden. Und wenn wir mit dem heimischen Netzwerk verbunden sind, heißt es also auch, das Gerät hat Zugriff aufs Internet und auch Inhalte vom Internet werden auf dem Bildschirm dargestellt. Da geht es ganz klar darum, natürlich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung denen entweder zuzustimmen oder selbige abzulehnen. Lehnen wir diese an dieser Stelle ab, hat der Fernseher keine Chance und ihr als Nutzer natürlich auch nicht, diverse Dienste zu nutzen. Deshalb, hier heißt es, die Datenschutzerklärung und auch die Nutzungsbedingungen gut durchlesen und dann letzten Endes zuzustimmen oder abzulehnen. In unserem Fall stimmen wir zu, aber wir wollen das Gerät in vollem netzmäßigen Umfang nutzen und deswegen drücken wir an dieser Stelle auf Zustimmen, sprich auf der Fernbedienung auf OK. Nun meldet sich der TV mit Hallo, lassen Sie uns Ihnen eine kurze Einführung geben. Das könnt ihr euch jetzt anschauen, das heißt, der Fernseher erklärt sich ein wenig, was seinen Bedienungsablauf anbelangt. An dieser Stelle breche ich das jetzt aber mal ab, weil wir gleich zum nächsten Punkt kommen wollen, nämlich die Senderliste zu erstellen. Nun befinden wir uns schon im laufenden TV-Signal und da wir uns bei der Länderauswahl für Deutschland und auch bei der Sprachauswahl vom Gerät für Deutschland entschieden haben, ist es nicht verwunderlich, dass das Gerät das erste Programm dann auch gleich startet, sprich ARD ist auf Platz 1 gesetzt. Wenn wir selber oder ihr jetzt unsere Senderliste ändern wollen, heißt es, die Reihenfolge zu definieren. Ein bisschen haben wir dabei schon geholfen, indem wir letzten Endes alle Sender, die der Fernseher gefunden hat, in eine Senderliste gelegt haben und schon mal eine Reihenfolge vordefiniert haben, die vielen von euch sicherlich schon helfen wird, indem zum Beispiel ARD auf Platz 1, ZDF auf Platz 2 und dann folgen erstmal die privaten Sender wie RTL und Co. Je nachdem, in welcher Region in Deutschland der Fernseher zum Einsatz kommt, heißt es dann, die dritten Programme zum Beispiel auf Platz 3 zu setzen. Panasonic Deutschland sitzt in Hamburg, das heißt also, hier wäre der NDR auf Platz 3, aber wenn das Gerät zum Beispiel im Westen Deutschlands verwendet werden soll, dann heißt es WDR oder in anderen Bereichen geografisch betrachtet von Deutschland, hessischer Rundfunk oder auch bayerisches Fernsehen, das entscheidet ihr dann selbst, wo ihr die dritten Programme hinsetzt. Wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, wenn ihr Sender umpositionieren möchtet. Dazu gehen wir jetzt gemeinsam mit der Menü-Taste in das Menü und von dort aus runter auf den Punkt Setup. Nachdem wir den erreicht haben, drücken wir die OK-Taste und gehen dann runter von Eco-Navigation auf den Punkt Tuningmenü DVB-S. Dort dringen wir ebenfalls auf OK und landen genau dort, wo wir auch hinwollen, nämlich Senderliste bearbeiten. Das bestätigen wir ebenfalls mit der Taste OK. Hier bekommen wir nun zwei Senderlisten. Auf der linken Seite befindet sich die Liste mit allen gefundenen Sendern. Rechts sehen wir die DVB-S Senderliste, die Basisliste. Dort hat der TV bereits schon alle gefundenen Sender hinein kopiert. Wir können jetzt entscheiden, ob wir das so lassen wollen, ob wir die Reihenfolge ändern oder auch Sender, die wir nicht so interessant finden, sogar löschen, also rauswerfen aus dieser Liste. Angenommen, ich würde jetzt den NDR, also sprich das dritte Programm, auf den dritten Programmplatz verschieben wollen. Das können wir jetzt ja gemeinsam mal machen. Dann heißt es, diesen natürlich erst einmal in der gesamten Senderliste finden. Dazu machen wir Folgendes. Damit das leichter von der Hand geht, sortieren wir die rechte Liste, in der wir uns gerade befinden, einmal nicht numerisch, so wie sie bis dato sortiert ist, sondern alphabetisch. Ganz unten links im Monitor im TV-Screen kann man sehen, wie das geht, nämlich mit der roten Taste. Da ist die Funktion Sortierung. Drücke ich die Taste, wird meine Senderliste jetzt alphabetisch sortiert. Ich bin also jetzt bei D unterwegs und kann jetzt relativ schnell durch das Alphabet bis zu N gelangen. Denn dort befindet sich ja der NDR. Ich bin jetzt bei M und schon kommt nach NMN. So, da will ich jetzt den NDR in HD haben, also NDR FS Hamburg, HH für Hamburg und dann HD für High Definition. Den möchte ich jetzt austauschen und drücke dafür die Taste Grün. Das ist auch am unteren Rand des Bildschirms gut zu sehen und kann jetzt die Nummer eingeben, auf den Platz ich diesen Sender jetzt gerne hätte, nämlich Position 3. Dafür drücke ich auf die 3 und bestätige das wieder mit der Taste Grün unten im Bildschirmrand zu sehen für OK. Schon ist RTL ursprünglich auf Platz 3 auf den Platz 57 verschoben worden und wenn wir wieder hochgehen auf die Position 3 ist das schon gut zu sehen. Da befindet sich jetzt der NDR. Würde ich jetzt nochmal andere Veränderungen vornehmen wollen, wie zum Beispiel, schauen wir uns mal an, ProSieben. ProSieben befindet sich derzeit auf 6. Da gibt es natürlich auch mal diese schöne Eselsbrücke. Ich möchte ProSieben gerne auf 7 haben, weil einfach der Name es auch so hergeht. Bei vielen Haushalten ist das tatsächlich sogar so. Dann kann ich jetzt hier an dieser Stelle auch wieder die grüne Taste drücken für Schieben und kann jetzt durch die Eingabe auf die Position 7 auch ProSieben den Platz 7 zuweisen. Einfach auf OK drücken oder auf die grüne Taste und schon hat der Tausch stattgefunden. So leicht ist es einfach mal eben die Senderliste zu bearbeiten. Sind jetzt hier noch Sender drin, die wir nicht haben wollen, als Beispiel. Wir schauen mal ein bisschen weiter nach unten. Das wird zum Beispiel hier Tele 5 angenommen. Der würde Sie jetzt nicht interessieren. Den wollen Sie da gar nicht haben. Der soll auch in der Senderliste gar nicht auftauchen. Dann können Sie ihn jetzt hier anwählen und durch das simple Drücken auf die blaue Taste diesen Sender einfach löschen. Dass das funktioniert hat, können Sie auf der linken Seite dann sehen, denn Tele 5 wird jetzt in diesem Bereich nämlich entsprechend auch auftauchen und zwar genau hier. Entschuldigung, noch ein Stück zurück. Dort können wir es gut sehen. Tele 5 taucht dort wieder auf. Und schauen Sie, jetzt weiß markiert, also nicht mehr grau hinterlegt, was immer ein schönes Zeichen dafür ist, dass sich dieser Sender, wenn er weiß dargestellt wird, nicht in meiner Senderliste befindet. Sollte ich also mal wieder Interesse daran haben, ihn in meine Senderliste zu bekommen, kann ich ihn anwählen und mit OK auch wieder zurückholen, wenn ich das denn möchte. Ansonsten kann ich jetzt einfach die Return, die Zurück-Taste drücken. Das Gerät fragt mich, ob ich das Ganze, also die Änderung speichern möchte. Das möchte ich natürlich auf jeden Fall, weil sonst gehen sie verloren. Ich drücke jetzt einfach auf OK und dann wird meine Senderliste mit den Änderungen, nämlich dass ich NDR auf 3 und ProSieben auf 7 verschoben habe und Tele 5 gelöscht habe, dann auch so gespeichert. Danach drücke ich einfach auf die Exit-Taste und kann ganz normal fernsehen. Panasonic